wobei ich sehe hier nochmal eine kleine mission lagunen explosion schimpft die sich und das bedeutet mehr explosion geht einfach nicht mehr denn das sind mich präparierte fahrzeuge 1,03 kilometer bis zum ziel in das ding hochgeht dann ist aber polen offen schießt mich doch nicht an scheiß auf die verstärkung ja ja ist gut ist gut ich fahr ja schon soll hier ist ende ich hau ab das ding geht gleich hoch an alle einheiten findet den rebellen es ist schon hochgegangen geiler effekt ähm genau so wir beenden das dann bleibt das fahrzeug aber stehen dann präparieren wir das fahrzeug noch zusätzlich und dann gibt es gleich die ja ich behaupte mal in just cause 3 die größte explosion die überhaupt geht und am besten wäre das natürlich wenn wir das auf der entschuldigung auf der brücke machen so wir machen folgendes in dem anlauf gehen aufs dach zünden die dinger und sind gespannt alter und ja tatsächlich hier als ein dickes fettes lochende brücke geil fordere jetzt mal wieder ein flugzeug an von mir aus auch das so ich hoffe der platz reicht sollte äh nein sollte nicht ja genau hier wollte ich hier auch hin und deswegen werden wir jetzt hier mal aufräumen und das ganze mal hier spektakulär machen sehr spektakulär so komm mal her so mein freund du gehst jetzt auf die reise viel spaß beim fliegen auf hier mit granaten zu schmeißen mein freund ja ja echt nett mein gott so genießt die show ich tue es auch herrlich einfach nur genial da sind noch so ein paar von den dingern oh da ist ein sniper so nervt doch nicht junge so falls ein heli kommen sollte werden wir den so los oder auch nicht so jetzt aber so was ich jetzt noch nicht getastet habe erst mal der typ ich glaube einfach danke ne so nicht die kommen hier aber mit ach und krach wa geht aber auch ein bisschen leiser ja ist ja nett scheiße die granate war mal verschwendung pur so ich teste das jetzt mal nehm ich zwei von den dingern aneinander und da die jetzt zusammengebunden sind und der eine in die richtung will und der andere in die richtung bin ich mal gespannt was passiert nicht schlecht der specht hatte was aber geht besser das geht definitiv meine güte machst du einen so fast kaputt und dann gibt es hier eine riesen explosion hui da fliegt er so mal ein bisschen die munition auffrischen von allem etwas ist gut ja geh mal an die dinger kein problem und hab spaß mein freund hab spaß äh ja alter was hat der denn warte mal auf ich glaube es hakt hier piept irgendwo eine granate so hier gibt es angeblich noch so viel auf der linken seite seht ihr was sich noch alles zerstört hören muss und dementsprechend die balken die sich natürlich auffüllen da hinten ist eine ganze menge nein 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 ich will nicht verrecken nein nein ouch danke für den ansporn boing ouch das gibt kopfschmerzen am nächsten tag ja 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 Bis zum nächsten Mal.